Kraft ist Medizin und stellt unsere biologische Uhr neu. Warum trainierte Muskeln fast jedes Medikament ersetzen, verrät Ihnen unser Gesundheitsexperte Dr. Frank Holbeck. Ja, hallo. Heute geht es um die Frage, warum gerätegeschnitztes Training die Königsdisziplin beim Muskeltraining ist. Die Kurzfassung wäre, weil es sehr wirksam ist, weil es sicher ist, weil es hocheffektiv ist und weil es auch sehr präzise einstellbar ist. Um das zu verstehen, komme ich gern zu ein paar technischen Details. Ja, Maschinentraining bietet einen variablen Widerstand, der anatomisch, aber auch physiologisch adaptiert ist. Das Training erfolgt aus der Bewegung heraus. Es ist ein dynamisches Training. Wir trainieren in der Regel sehr langsam, um keine Beschleunigungskräfte im Bereich der Sehnenansätze hervorzurufen. Die Bewegungen beim maschinengestützten Training sind geführt. Das heißt, es ist eine sehr sichere Bewegung in der vorgegebenen Achse möglich. Das Training ist progressiv. Wir können also das Gewicht bei jeder einzelnen Trainingseinheit erhöhen und es so auch auf das Leistungsniveau anpassen. Die Dosierung ist sehr einfach. Es kann Gramm, aber auch Grad genau eingestellt werden, was wiederum eine sehr sichere Übungsausführung garantiert. In der Konsequenz ist maschinengestütztes Training deshalb sehr gut verträglich. Es können Jugendliche trainieren, es können Senioren trainieren oder wie bei mir viele Patienten mit diversen Vorerkrankungen. Die Geräteauswahl wird individuell zusammengestellt, sodass der eine den Schwerpunkt auf den Rücken legt, der andere auf die Halswirbelsäule und der dritte auf sein Kniegelenk. Im Grunde genommen kann man seinen Körper auch anders trainieren. Es ist ein Freihanteltraining möglich. Das Training mit dem eigenen Körpergewicht, beides nicht so fein justierbar. Es gibt modernere Trainingssysteme, zum Beispiel EMS-Training, also Elektromyostimulation, da wird Strom von außen angelegt. Und es gibt Beschleunigungs- oder Vibrationstraining, wo ganz kurze Impulse Reflexe des Körpers für die muskuläre Anspannung ausnutzen. Ich selber bin Fan dieser Sache und als Arzt, ja, ich operiere lieber mit dem Skalpell als mit der Kettensäge. Mein Motto ist, der Mensch wächst am besten am Widerstand, weniger an der Stromstärke und auch weniger an der Vibrationsfrequenz. Also bleiben Sie stark bis zum nächsten Mal. Muskeln trainieren, Kraft aufbauen, Gesundheit fördern. Schaffen Sie so Ihre Basis für mehr Lebensqualität. Kiesa-Training stellt Ihre biologische Uhr neu und ist Ihr Schutzengel gegen Rückenschmerzen. Älter werden ist okay, schwächer werden nicht. 4. 1. Vielen Dank.